Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Forcery Video. Ja, es ist etwas lange her, als ich mal so ein Video gemacht hatte. Das letzte Mal war glaube ich auch 4Ancient und ansonsten habe ich halt den 4ClassicTrader hochgeladen und ja, darauf spielen wir auch heute. Ich werde euch den Server ein bisschen vorstellen und ja, auch mit dem Let's Play, was ich jetzt hier machen werde, eine Art Let's Play. Ich werde jetzt nicht jetzt wirklich Schritt für Schritt jedes Level aufnehmen, das ist auch ein bisschen langweilig. Ich werde da ein paar Cut-Videos machen und um so viel wie möglich von dem Server zu zeigen. Und ja, wir gehen natürlich erstmal direkt nach Keta, das sind ja die meisten Leute, die wollen ja immer sehen, wie viele Spieler da sind. Also sind auf jeden Fall täglich nach den Infos, die ich bekommen habe, ich habe nämlich den Server-Inhaber gefragt, wie viele Leute hier drauf sind. Und es sollten wohl ein paar hunderte Spieler sein auf jeden Fall und auch momentan wachsend. Ist noch irgendwie kurz davor den Highest Peak zu kriegen, also ja, ist ein gut besuchter Server. Ihr müsst euch bedenken, also ihr müsst bedenken, wir haben jetzt 23 Uhr und ja, ich nehme das halt unter der Woche auf. Man sieht hier trotzdem Leute rumlaufen, auch wenn ich irgendwo level, sehe ich immer irgendwie zwischendurch mal Leute. Und habe auch viele neue Accessoires gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe, also eigene Kostüme. Ich meine zum Beispiel sowas hier wäre ein eigenes Kostüm, bin ich der festen Überzeugung, das habe ich noch nie in Force Story gesehen. Falls doch, kann sein, weil es einfach zu lange her ist. Aber ja, hier auch zum Beispiel Shops, was man hier, keine Ahnung, also ich zeige euch das gleich nochmal komplett. Ja, dann könnt ihr euch das anschauen. Erstmal noch die Infos, die ich halt bekommen habe. Also, in PvP sollten es, das soll anscheinend momentan der meistgespielte Oldschool-Server sein. Ob das der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen, das wurde mir vom Serverinhaber so gesagt. Ich möchte keine kompletten Fake News oder sonst etwas sagen oder irgendwas behaupten, was vielleicht nicht stimmt. Das ist laut seiner Aussage. Und ja, ich kann nur bestätigen, dass ich halt viele Spieler hier gesehen habe, als ich tagsüber gespielt habe, hatte. Aber ob es jetzt in PvP auch der Fall ist, das wissen wir nicht. Da müsste ich dann selber mal bei so Events mit dabei sein. By the way, gibt es auch neue Events, also eigene Events, die machen. Und vor allem zu, auch keine Ahnung, sagen wir mal Weihnachten, Halloween oder sowas werden die auch zu Feiertagen machen. Die allgemeinen Special Events. Und genau, was haben wir noch? Das Game ist verfügbar für DirectX 12. Was dem Server anscheinend eine, oder Forcery eine bessere Performance gibt. Ich weiß nicht, was ihr mit der Information anfangen könnt. Aber ich denke mal, das sind so Sachen, die die meisten wahrscheinlich wissen wollen. Deswegen gebe ich diese Infos hier weiter. Hoffentlich nicht damit so gut auskenne. Aber wie gesagt, viele Leute, die halt meine Videos sehen, die wollen halt wieder mit Forcery anfangen. Und wollen sich natürlich erstmal vergewissern, ob sich so ein Server lohnt. Ich würde spontan halt wirklich sagen, ja, ihr seht schon, wie viele Leute hier eigentlich unterwegs sind. Kann natürlich nochmal anders im PvP sein. Aber es ist unter der Woche und hier wird trotzdem aktiv noch was gemacht die ganze Zeit. Wie es auf DERION aussieht, weiß ich nicht. Wo die meisten Leute sind, das werde ich vielleicht nochmal fragen sollen. Kann ich aber im nächsten Video, denke ich nochmal sagen. Und genau. Der Server wird halt die ganze Zeit immer aktiv weitergemacht. Das heißt, es werden Veränderungen gemacht. Fähig Balance Changes. Und so weiter und so fort. Und das sind wohl, die haben irgendwas mit 4Vision zu tun. Das ist auch ein P-Server. Und ich glaube, das war ein ziemlich erfolgreicher P-Server. Oder ist ein ziemlich erfolgreicher P-Server. Und ja, ich denke, das sollte erstmal genug an Informationen sein. Den Rest werden wir halt noch hier im Let's Play rausfinden. Und ja, ich werde dann so ein paar Cut-Videos machen. Und das werde ich erstmal an Cut, um die Informationen zu geben. Und genau. Es werden erstmal 4 Videos hier kommen davon. Und danach werde ich dann halt schauen, ob ich hier weiter drauf spiele. Wie es mir so gefällt. Und ja, es ist nämlich auch wieder länger her, als ich Forcery gezockt hatte tatsächlich. Und ja, ich bin gerade hier. Das können wir ja nebenbei einfach mal machen. Und ja, es ist halt, wie gesagt, schon ein Oscar-Server. Und ich finde es halt immer wieder super, auf sowas zu spielen. Es macht halt ultra Spaß, finde ich. Und ja, es ist einfach Nostalgie. Es wird immer Nostalgie für mich bleiben. Das sage ich in jedem Video. Das werde ich auch in jedem Forcery-Video sagen. Wir müssen Bolzen holen. Ja, es macht immer wieder Spaß, bei sowas reinzuschauen. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte und mehr spielen würde, dann würde das bestimmt auch... Ja, würde ich wahrscheinlich auch mehr hier drin sein mit allen Sachen. Aber ich bin halt eben noch so einer, z.B. in PvP-Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie das halt so richtig funktioniert. Kenne mich nicht so gut damit aus. Deswegen z.B. habe ich jetzt auch den Bogenschützen wieder genommen, weil den kann ich wenigstens überhaupt spielen. Hat überlegt, einen Beschwörer zu machen, aber ich dachte mir so, nee. Falls ich ja doch irgendwie in den richtigen PvP gehen will, will ich schon irgendeinen Charakter haben, wo ich ein bisschen Ahnung von habe. Und Bogenschütze war ja im PvP eigentlich immer ziemlich gut. So, genau. Was ich noch festgestellt hatte, das ist halt ein ähnliches Prinzip wie bei... War das vor Anseend oder war das auf einem anderen Server? Ich glaube, das war auf einem anderen Server. Oder war es auch auf Anseend? Ich bin mir nicht mehr sicher. Man kann durch die Tränen Tinkies bekommen und Serenity Potion und Masterformeln. Das finde ich persönlich richtig nice. Also ich finde das cool, dass das damit gemacht wird. Ja, weil hier kann man ja überall quasi farmen. Und so kommt man an sein Stuff. Ob man irgendwie anderweitig noch drankommt mit... Ich glaube, mit Innis kommt man auch irgendwie noch an Stuff. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das müsste ich mir genauer anschauen. Alter Shit, warum... Lass mal weg hier. Da ist auch einer gerade am Action machen. Ja, aber auf jeden Fall, die nächsten Videos werden dann auch ein bisschen mehr Impact haben, sage ich mal. Da werde ich versuchen, so mein Level zu zeigen. Vielleicht werde ich auch mal ein Up-Video machen. Und ja, da werde ich natürlich erstmal kräftig farmen für. Und ja, genau, stimmt. Ich wollte euch ja noch den Shop zeigen. Das mache ich jetzt auch nochmal sofort. Die nächsten Videos werden in Anführungszeichen nicht mehr so langweilig in dem Sinne sein. Also ich werde da viel schneiden. Und ja, erstmal hier. Also wie gesagt, es werden immer neue Sachen anscheinend rausgebracht, die man sich holen kann. Cosmetics. Dann haben wir hier Item Upgrades, die man holen kann. Amounts, viele verschiedene. Charakter and Style kennen wir ja alles. Zack. Ob es eine deutsche Übersetzung gibt dafür, das weiß ich gar nicht. Das muss ich nochmal nachschauen. Das würde für mich tatsächlich Sinn machen, weil das Game immer auf Deutsch gespielt hatte. Aber, ähm, ja. Ja, genau. Und es gibt dann wohl irgendwie auch, äh, Kisten, die man da halt ziehen kann oder bekommen kann. Für Daily Logins. Daily Logins gibt es auch. Und es gibt dann halt eben auch so Kisten, die man dann kriegen kann. Wo dann Erfahrungsschokolade oder sowas ist. Wir werden auf jeden Fall auch die Tränen noch in diesem Video aufmachen. Nachdem wir die Quest hier fertig haben. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Vielleicht jetzt wieder Forsory bringe. Das wurde sich ja auch gewünscht von dem Zuschauer. Ich spiele einfach den Kommentar mal hier ein. Der hat gefragt gehabt, ob nochmal Forsory kommt. Und ja, hier ist es. Natürlich habe ich es sowieso geplant gehabt, Forsory aufzunehmen. Aber, ähm, Zeit ist ein bisschen gedauert. Und, ja. Gerade jetzt wurde ich nochmal angefragt gehabt. Äh, angefragt wurde. Ein Video für den Server aufzunehmen. Mache ich das. Hat ja sowieso, äh, All in All 1 geplant gehabt, mehrere Server vorzustellen. Ähm, sowas öfter zu machen. Aber versucht da immer neutral, dass ich an die Sachen ransegegen. Es gibt viele Server, die existieren. Und, äh, Ich kann natürlich nicht für alles garantieren, was ich hier gesagt habe. Ob das denn so stimmt oder, oder nicht. Ja, es ist einfach meine Vorstellung. Ich nehme hier auf. Äh, bis jetzt für den Ersteindruck hat der Server für mich, äh, einen guten Eindruck. Aber muss auch, wie gesagt, bedenken. Oh Gott. Ähm, muss halt auch bedenken, dass ich jetzt nicht so viel drauf gespielt habe. Und, äh, meine Meinung vielleicht da nicht so einen großen Impact drauf hat. So. Ach, das war der. Warte mal. Das brauchen wir. Ähm, jetzt brauchen wir irgendwie noch einen anderen Typen hier. Ein bisschen viel Damage. Ich glaube, ich hätte doch vielleicht einen Armour nachholen sollen, aber egal. Äh, hier muss irgendwo noch ein anderer, da vorne ist er, glaube ich, ein anderer Boss sein. Ich weiß, ich feiere dieses Gerüst hier. Ich habe das früher richtig gefeiert. Ähm, werde ich hier mal überspringen. Ja, ihr könnt ansonsten mal sagen, was ihr so gerne sehen wollt, oder was, was ihr cool fändet. Ich kann ja mal PvP probieren, aber ich bin da halt echt, äh, überhaupt nicht drin, oder so. Vielleicht müsste ich mir da eine Gilde oder sonst was suchen. I don't know. Ähm, wenn es denn so weit wie überhaupt alles kommt. Ich plane immer gerne voraus. Es gibt hier auch wieder einen Modi, Capture the Flag. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht können wir da mal reinschauen, wenn wir das rechtzeitig schaffen hier. Aber ja, sieht gut aus. Äh, neun Minuten haben wir noch Zeit. Ich glaube, da schauen wir einfach mal rein. Können wir ja mal reinschauen fürs Video. Aber ansonsten wollte ich dann im nächsten Part einmal die Zeitreise machen. Mal gucken, wie ich das dann schneiden werde. Aber ja, die Videos hier werden auf jeden Fall ein bisschen anders gemacht. Das ist hier noch ein bisschen uncut. Äh, für den ersten Part von 4Story. Aber die nächsten Videos werden dann alle gecuttet. Und ich versuche dann so eine, ja, ich gucke mal, wie lang diese Videos sein werden. Fähig versuche ich, den auf 10 Minuten zu begrenzen. Jetzt haben wir ja schon 10 Minuten uncut, 11 Minuten. Ähm, aber ja, das war einfach den Impact erstmal bei dem ersten Video. Das auch ein bisschen oldschool ist, ein bisschen, äh, ungeschnitten. Aber auf jeden Fall werden sie dann in Zukunft ein bisschen ansehnlicher gemacht. Und vielleicht nehme ich dann auch mal eine Stunde auf und schneide einfach das Beste zusammen. So 10 Minuten. Kann man ja auch machen. Wäre eine Idee. Was ist mit dem? Dem geht es gar nicht gut. Äh, yes. So. Genau, und ich glaube, ah nee, jetzt haben wir diese eine Quest hier mit dem, äh, dass wir da die Chaos Essenz holen müssen, ne? Genau. Dann verwandeln wir uns in so einem großen Zyklopen. Äh, wo ist denn das? Ach, von Geronimo. Ah, okay. Und dann muss ich zu dem, genau, ja, muss ich zu Zeprikarn hin. Wir sind noch früher, als man immer so Leute gesucht hat, um Zeprikarn zu killen. Das war immer lustig. Und dann kamen manchmal die Leute, die schon Level 80 sind, haben ja einen Easy gekillt. Das war dann irgendwie boring, aber das war schon lustig. Also damals die Zeit von Forstory, das ist echt unbeschreiblich. Also das ist was ganz anderes als jetzt hier so. Hier geht's ja nur noch so in PvP so richtig. Also würde ich mal meinen, dass die meisten so PvP-gelenkt sind, was ja auch verständlich ist. Aber so früher, genau das war, ich bin halt einer dieser Spieler, die einfach nur so komplett, komplett Just for Fun gespielt haben und sich da überhaupt gar nicht mit dem Spiel so richtig auskanten. So ADP-VP habe ich dann auch ein bisschen gemacht, ziemlich amateurhaft. Aber das war's dann auch. Was müssen wir denn machen, laut Geronimo? Ach, wir müssen zu diesem Kokonell da. Ich weiß auch noch, wo der ist. Ja, wir warten, bis die Zeit hier abgelaufen ist und dann gucken wir dieses Capture the Flag rein. Also zwei Minuten versuchen wir einfach mal zu joinen, dann gucken wir uns das mal an, was genau das ist. So, wahrscheinlich jetzt nicht genau komplett zu Ende spielen, aber einfach mal reinschauen. Also es gibt hier immer irgendwas zu tun, anscheinend. Das ist halt eine gute Idee, sowas, immer irgendwas zu machen. Auf anderen Servern ist das teilweise so gewesen, dass man nach einer Zeit irgendwie dann nicht mehr wusste, was man machen sollte. Aber, ja. so, ja, wir müssen den töten. Okay, ich habe nicht mal die Quest gelesen, ich wusste schon direkt, was er uns geben will. Das ist noch von früher. Das ist aber gar nicht so normal, aber es ist nicht immer seine, seine Typen hier am rumlaufen. Diese anderen Minenarbeiter, eigentlich schon, ne? ist es vereinfacht, oder was? Hallo? Okay, irgendwie war ich nicht anvisiert. So, okay. Hier haben wir gezötet. Und dann müssen wir auch direkt wieder zurück. Deswegen, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und, ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, kann ich die natürlich auch irgendwie im nächsten Video beantworten. Sofern es in meiner Macht steht, kann mich ja dann informieren. Und, ja, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich auch andere Server vorstellen. Je nachdem. Ich kriege ja meistens Anfragen für sowas. Random. Und wenn ich es vielleicht ein bisschen aktiver mache, dann ein bisschen mehr. Und dann werden wir einfach mal schauen. Und dann werden wir einfach mal Okay. Kaus ist uns finished. Alright. Und, ja, okay, dann müssen wir Zeprikanen halt da einmal austricksen mit dem Trank, was auch ohne Trank geht. Weil dieser Trank ist eigentlich schon ziemlich lustig. Und, ähm, ja. Was haben wir denn hier? Ist das wegen Level Up? Ah, ja. Wo ist unser Daily Login eigentlich? Ich dachte, wir kriegen eigentlich Dailies. So, apropos. Bags, ah, zu full. Okay. Muss ich erst mal lernen. So, ähm, ja, müssen wir halt zu Zeprikanen gehen. Das machen wir aber jetzt nicht. Level 90 required. Okay, never mind. Capture the Flag geht erst am Level 90. Anscheinend hat man dann seinen eigenen Stuff, den man das spielt. Vermut ich mal. Ich hätte gedacht, dass jetzt jeder irgendwie aufs geischere Level dann ist und dann spielt man das. Aber alright. wissen wir Bescheid. Hm. Okay. Ähm, dann hatte ich das erstmal erledigt. Können wir die Tränen hier aufmachen? Okay, können wir tatsächlich. Wir legen jetzt erstmal ein bisschen Stuff ab, weil wir haben viel zu viel. Hoffentlich geht das hier noch. Nice. Deposit funktioniert hier. Perfekt. Äh, Händler auch oben. Und ja, okay. Das finde ich auch cool. Das im Trainingslager hier. Ich fand das damals so schade, als sie die Händler weggemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich richtig blöd, weil dadurch ist niemand mehr im Trainingslager gewesen. Das war echt schade. So, mal ein kleines Opening. Ähm, ich verkaufe aber erstmal den ganzen Müll hier. Das würde irgendwie wegkommen. Wenn jemand an Geld kommt, muss ich halt auch nochmal nachschauen, wie das am schnellsten geht. So, ich hoffe meine Tastatur ist bei der nicht allzu laut. Ich habe mich jetzt eine neue und weiß nicht, welchen Filter ich da drauf anwende, dass es nicht mehr allzu laut ist. Aber, äh, gut. Auch egal erstmal. So. Ähm, dann machen wir das gute Ding mal auf. Oh, zwei Serenity Potions, sehr schön. So muss das sein. Was ist eigentlich die höchste Chance zu bekommen? Das hier. Ja, aber die Chance ist gar nicht mal so gering, dass man die Sachen hier bekommt. Das ist, äh, sogar ein Prozent. Das ist wahrscheinlich hier, äh, second battle für, äh, um irgendwas zu farmen. Ah, das ist halt nicht so gut. Und schon wieder. Und eine Masterformel. Eine Masterformel, eine Serenity Potion, äh, zwei Serenity Potions. Sehr schön. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Okay. Wort 25 bekommen. Weitere XP-Dinger. Gut, vielleicht sollte ich da mal eins verwenden davon. Alright, ähm, dann würde ich erst mal sagen, passt das von dem Video? Wir haben jetzt 18 Minuten, wir wollen es nicht allzu lang halten. Ähm, wichtige Informationen wurden gesagt, das ist so quasi die Pilotenfolge, eine kleine Vorstellung erst mal am Anfang. Und, ähm, ja, also man sieht auch, ich finde hier auch in der Stadt sieht man gut, ist eigentlich alles gut besucht. Und im Chat geht es die ganze Zeit ab, obwohl es eigentlich so spät schon ist. Äh, ja, können wir mal am Wochenende ein Video machen, äh, wie voll der da ist, und so weiter und so fort. Und dann mal irgendwie Upvideos machen demnächst, äh, wenn wir natürlich die Items dafür haben. Aber ansonsten würde ich erst mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, da werde ich wahrscheinlich die Zeitreise machen. Und, ähm, ja, wir, äh, sehen uns. Hau set rein und lasst ein Like da auf jeden Fall, würde mich sehr freuen. Schreibt gerne was in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.